Im Schatten einer ruhigen Veranda suchten zwei kleine Kätzchen Trost ineinander, ihre enge Bindung das Einzige, was sie vor der rauen Welt schützte. Kaum älter als vier Monate kämpften Hazel und Sally ums Überleben, mit nichts als ihrem Durchhaltevermögen und der gegenseitigen Unterstützung. Trotz aller Herausforderungen trugen sie Hoffnung in ihren kleinen Herzen, ohne zu ahnen, dass sich ihr Leben bald für immer verändern würde. Als Beth, eine engagierte Tierschützerin, von den Kätzchen hörte, wusste sie, dass sie handeln musste. Als sie ankam, fiel ihr sofort Hazels Zustand auf. Eines ihrer Augen war stark entzündet und benötigte dringend Hilfe. Obwohl es ihr das Herz brach, die beiden Schwestern zu trennen, konnte sie Hazel nicht in diesem Zustand lassen. Beth nahm die kleine Tigerkatze auf den Arm und versprach Sally, dass sie zurückkommen würde. Zu Hause setzte Beth alles daran, Hazels Leben zu retten. Trotz wochenlanger Behandlung war das Auge nicht mehr zu retten und eine Operation war unumgänglich. Die Gemeinschaft stand hinter Hazel und mit ihrer Unterstützung konnte sie die notwendige Operation durchführen lassen. Hazel verlor zwar ihr Auge, aber sie gewann eine neue Chance auf ein glückliches Leben. Während ihrer Genesung in ihrer Pflegestelle machte sie eine erstaunliche Verwandlung durch. Sie kletterte auf Kratzbäume, spielte mit Spielzeug und schnurrte zufrieden auf dem Schoß ihrer Betreuerin. Hazels ungebrochener Geist leuchtete trotz aller Herausforderungen. In der Zwischenzeit wartete Sally geduldig unter der Veranda, nicht wissend, wann ihre Schwester zurückkehren würde. Beth hielt ihr Versprechen. Als sie Sally abholte, begrüßte die langhaarige Glückskatze sie mit lautem Schnurren und zärtlichem Köpfchen geben. Als hätte sie genau auf diesen Moment gewartet. Sallies liebevolle und anhängliche Natur war sofort spürbar. Und Beth konnte es kaum erwarten, sie wieder mit Hazel zusammenzubringen. In der Obhut von Sparkle Cat Rescue fühlte sich Sally schnell wohl. Ihr flauschiges Fell und ihr sanftes Wesen verzauberten alle, die sie trafen. Mit Neugier erkundete sie ihre neue Umgebung und zeigte ihre Dankbarkeit mit unendlicher Zuneigung, selbst wenn sie dabei die Arbeit ihrer Betreuer unterbrach, indem sie auf Schreibtische sprang oder sich an Computermäuse schmiegte. Sallies strahlendes Wesen machte deutlich, dass sie bereit war, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Die Wiedervereinigung von Hazel und Sally war ein herzerwärmender Moment. Nach einer kurzen Phase der Vorsicht erneuerten die Schwestern ihre enge Bindung schnell. Innerhalb weniger Tage jagten sie einander durch ihr neues Zuhause, kuschelten sich nachts zusammen und erfüllten das Haus mit ihrer Lebensfreude. Ihre Pflegefamilie, die von ihrem Charme überwältigt war, entschied sich, den beiden ein dauerhaftes Zuhause zu geben. Hazels und Sallys Geschichte ist eine Geschichte von Widerstandskraft, Liebe und zweiten Chancen. Von den kalten Straßen bis hin zu einem warmen Zuhause fanden diese beiden mutigen Kätzchen das Leben, das sie immer verdient hatten. Ihre Reise erinnert uns daran, wie viel Mitgefühl und Freundlichkeit im Leben bedürftiger Tiere bewirken können. Wenn dich ihre Geschichte berührt hat, überlege, wie du Tieren wie Hazel und Sally helfen kannst. Like dieses Video, teile es mit deinen Freunden und hinterlasse uns deine Gedanken in den Kommentaren. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere inspirierende Rettungsgeschichten zu erleben. Gemeinsam können wir Leben verändern. Pfote für Pfote. Wuf!